und dann gucken wir jetzt noch the beauty of the sopranos big mike meinte das wäre absoluter 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 gänsehaut content und ich hoffe ich hoffe als sopranos lieben wir ich hoffe dass wir dass ich dafür nicht geflaggt werde oder für keinen strike krieg und ich bete zu gott dass the many saints of newark hier in köln laufen wird angeblich läuft er schon im kino ich habe geguckt und geguckt aber er läuft nicht in köln und heute schrubt mir jemand dass er ab november auf november verschoben wurde stark dennis und war die immer schon so leichtes mädchen die sich hochschlafen wollte ja guck mal gucken wir uns das mal an hier als sopranos grad wieder großes thema bei uns ich habe mir die sopranos dvd box geholt die hat mir der just mitgebracht aus dem second hand laden und big mike auch richtig so im sopranos fieber wieder gerade und wie gesagt the many saints of newark coming up jetzt schon gänsehaut rest in peace tony und james ich schwöre es war die beste serie es war die beste serie auch wenn ich gucke die noch mal jemanden ja Es war alles gut. Wobei die Message ja war, everything turns to shit. Aber late 90s, early 2000s Das ist Audrey. Hannah. Ah, das kommt immer wieder rum. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Ich habe mich damals schon gefragt. Das ist ja original. Die Mutter. Das ist schön. Den mochte ich immer. Hatte immer meine sympathie. Das ist schön. 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 Also wer es noch nicht gesehen hat, wer danach keinen Bock hat, dann weiß ich es auch nicht. Das ist schön. Die Mutter ist seine Oma. Nice one, Winkel. Jim, grüße. Also man kennt sie. Pauli. Also Rewatch mach ich auf Englisch. Ich hatte es ja zuerst mal nur auf Deutsch gesehen. Pauli. Auch mein Lieb. Wer liebt nicht Pauli, ja? Und wer es noch nicht gesehen hat, Leute, darauf wartet ihr. Beneide ich euch drum. Wenn ihr Sopranos noch nicht gesehen habt. Beneid. Don't stop believing. Okay. Der Styler. 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 Aber das ist echt ganz schön. Ohne Familie würde ich haben. Ich hab mich jetzt auch. Nice one. Richtig, richtig nice. Fand ich richtig nice. Also danke an den Boy, der mir das geschickt hat. Und Big Mike hat es mir dann auch nochmal geschickt. Danke, dass du es mir über Big Mike hast zukommen lassen. Ich fand, das war ein richtig, richtig schönes Ende, kann man sagen. Bis zum nächsten Mal.